Lieber Kundo, warum sind wir denn heute eigentlich hier? Ja, der Grund ist, dass wir heute die bayerische Pflanze des Jahres taufen. Und zwar ist es die Bella Stella und wir taufen Tommys Meister Trio. Das sind drei verschiedene Cocktailtomaten, die die Farben schwarz, rot und gelb haben. Anlässlich der Fußball-Europameisterschaft. Ich bin die Taufpatin, ich freue mich sehr. Die Taufpatinnen, die Frau Michaela Kaniba. Unsere zweite Taufpatin ist die Frau Daniela Meindl, Bürmer Meindl-Kirchern-Schöring. Einfach schafft Mehrwert, gemeinsam für eine schlankere Bürokratie. Danke für die Vorbereitung, danke, dass wir heute bei euch sein dürfen. Nun, liebe Frau Meindl, ich möchte an dieser Stelle auch sagen, ich bin dankbar, an meiner Seite quasi eine Taufpatin-Partnerin zu haben. Auch da muss ich sagen, schön, das freut mich und ehrt mich sehr, dass ich das mit Ihnen heute begehen darf. Und Gärtnern tut der Seele gut. Die Ware fliegt ja nicht, also beamt sich ja nicht nach Bayern. Also das Motto muss heißen, kaufen, wo es wächst. bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.